So weit daneben geschaffen. Straßburg, Frankreich. Die hatten wir schon mal. Ja. Vier oder fünf? Irgendwo in einer Liga haben wir schon mal gespielt. Okay. Ich bin nicht hier in den Glauben. So, bereit? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Vierter Sieg. Letzter Sieg. Ja, Mann. Mal gezeichen. Ich stelle mal hier jedenfalls einer, der von denen alleine geht. Und das Spiel läuft. Haha, gewonnen. Haha. Haha. Sauber. Sehr gut. Das müsste für uns sein, ne? Ja. Ja. Go, go, Alter. Hast du... Ja, ja. Ich... Er joggt das mal. Ja, ja. Aber das Mittelfeld ist sehr offensiv ausgebildet. Und da kommt er! Oh, ey. Hahaha. Oh, Gott. Nice, Alter. Alter. Oh, voll im Arsch gekickt. Perfekt, Alter. Der Waldemar. Das kommt davon, wenn man alleine geht am Anfang beim Einwurf, der ist schon mal abstoß. Ja, aber... Hab ich gerade auch vorhin. Kopfball, absolut sehenswert. Ufala. Einwurf jetzt. Ähm, ja. Teil. Fuck. Abseits, abseits. Erschießen. Abseits, was für'n Glück, der wär' durch gewesen. Ah, jetzt hab' ich ihn, jetzt seh' ich das. Also, nicht, dass du das jetzt vorhattest, aber... Nee, alles gut. Sehr gut reingespielt. Alter. Nein! Warte, warte, Baby ist locker da oben, Alter. Mach' keinen Scheiß. Die Flagge kommt gut rein. Der Ball kommt gefährlich. Ah! Alter, ich krieg' ja... Wirklich auch das. Man merkt das schon, Alter, ey. Hast du da noch eine Kontrolle in der Hand oder irgendwas anderes? Ich weiß nicht. Dinger, Alter. Was ist los mit dir? Ich guck mir, äh... Der wär' auch reingegangen, also der Nachhinein wär' da reingegangen, der Ball. Der Typ auch, ne? Der Typ auch, ey, ohne Scheiß. Nach hinten. Ey, kommt mir das... Irgendwie kommt mir das aber spanisch vor, dass unsere Flanken gut sind und Kopfbälle. Ja, ist Straßburg in dem Fall Französisch. Guck mal, ne, okay. Also, meine Flanken, meine Flanken kommen nicht an. Meine Flanken kommen nicht an. Dafür kommen meine Gräte zu gut für mich. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, Versuch! Ja, warst du egoistisch. Ah, das ist nicht gut. Das ging du. Da warst du egoistisch, Alter. Aber hab ich gerührt? Ey, ich hab noch gerührt, das. Kopf. Da stand ich neben dir, Alter. Ich weiß. Tut mir leid. War schon ein Tor geschossen, Alter, oder? Ne, war ich das? Ich weiß gar nicht, ich war das, ne? Egal. Können Sie jetzt einen Angriff aufsehen? Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Oh. Du! No! Scheißschuss. Er hält mich fest. Ey, Alter. Ja, wir wissen beide noch, ne? Kopfschmerzen, Torwart. Hey, ich hab gepasst. Den Ball kann er aufpassen. Scheiße. Dann dachte, er wollte ich sagen, bleibt dran da. Klasse gespielt, guter Steilpass. Ach Gott, ey, alles gut. Alles gut. Verpassen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Ah, und wir haben, ne? Ja, ja. Ich lauf mir einmal links, bitte. Hört auf euch, dort wegzudrängen, Alter. Hör doch, durch. Hey, den Start. Ah, zu hoch. Alles gut. warte lauf 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 der du darfst du bist der heide mit dem spieler du hättest eine halbe stunde vorher schießen können schon ohne scheiß ich wollte schließen aber irgendwie er ist nicht zurückgegangen jetzt bist du jetzt hektisch wieder jetzt werden wir haben wir doch waren alles gut gut dass er ihn noch so kontrolliert hat er läuft mir in die fresse der spacken alter meine güte es war mal typisch lauf nicht in die gegner rein lauf nicht in die gegner rein der typ läuft an dir vorbei das ist anders jetzt er läuft an ihr vorbei alter du kannst in ruhe flanken ja gut verteidigt hier jetzt können wir einwerfen und da ist es besser weil wir dann nach rechts laufen können ja ich täuscht links an und dann zack das könnte gefährlich werden sehr guter einsatz alter schiebt die hände an ich zieh den weg hier so wichtig er ist groß hier ne alles gut alles gut okay du hast letztes Spiel selber gesagt dass die Schüsse da nix bringen ich schlafe noch ein bisschen nach hinten ich schlafe noch ein bisschen nach hinten naja wir müssen eh aufpassen wollen ein tor ne nach hinten habe ich ihn noch teilweise gerettet so schnell nein nicht schnell anziehen schwarzen aber wir machen ordentlich das ist richtig ey fahrt uns beide jetzt alter man nein ey wir haben acht Torschüsse alter jetzt schenken wir ihnen das Tor alter weißt du wir hätten mindestens 2-0 machen müssen alter soll ich stehen bleiben keine ahnung er kann das nicht machen dann bleibt keine ahnung was da noch stehen bleiben nein alter alter ja go wir können kontern man geht das ja nicht so ich dachte du läufst unten rum ja genau ich dachte du läufst vom trainer ja richtig was ist das denn alter schwarzen passen weiß ich nach dem booktual ich dachte du läufst dahin nach spielzeit sind drei minuten mit dem ball am fuß der ball ist kein problem für die torhüter oh man ey die anderen müssen echt scheiße ja ich würde gerne es gibt es nicht wieso alter ich mache ich pass jetzt auf schieß ist gut knapp kein peinlich teilweise richtig peinlich oder wir müssen mal die chance nutzen da sei nicht da die eine egoistische chance da dann passt mir den ball zu halt er macht lasst uns save tore machen lass kein spaß machen bei 1 was ist das ich meine der elbe alter perfekt gemacht hat gott sei dank sind wir stehen geblieben ich wollte es verstehen bleiben aber irgendwie habe ich gesehen er gibt es als er nach hinten gegangen ist ne hab ich irgendwie gedacht ey ne der schießt auch irgendwo in ne Ecke er muss runter aber das war auch Psychotrick ne wie lange er gewartet hat der leistung war klar dass der trainer irgendwann reagieren muss oh das war nicht schlecht jetzt könnte es gefährlich werden sie suchen das loch in der abwehr nein ich hätte warten sollen liegt der auch scheiße alter steh auf junge das sah gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den Ball verloren hat der hier ne oh nicht so alter das ist ja auch nötig alter ja ich er spielt den pass auf den Flügel das mal zum Glück von denen ich mich mit krieg ich bin die extra so oder sehr gut aufgebaut weiß ich nicht man das könnte der Gelegenheit werden die Defensive steht lol lol alter der schießt zweimal ein Millimeter an mir vorbei alter genau es sah so was käme sie durch aber jetzt ist der Ball weg oh ich passe ich passe ich habe ihn wir und jetzt ein Zweikampf ach er hat uns ok willst du ihn ja könntest du mir das sagst wenn du mir den Ball gibst schon alter danke aber gut aus entschuldigt du hast schon den Ball aber willst du ihn überhaupt haben weiß ich nicht wow ja die Frage kam während des Passes habe ich auch gemerkt ja danke so auf spontan nice aber schön ist so ja das war jetzt wieder falsch abgeschritten oder gar nicht abgeschritten ja auch zu schwach gespielt den Ball du musst stärker kommen doch machen sie das Spiel breit jetzt die Flanke sei es er da ist 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 er frei oh ne oh ne scheiß ey seit wann gewinnt Pauli die Kopfbälle und guck dir diesen Kopfball jetzt ok ja top alter gut geflankt alter nice ey ja was weiß ich wenn der wenn der aufs Tor geht weiß ich nicht ok du bist ein saver als ich da hinten ja ich trotzdem bin ich mir unsicher dabei immer wieder ja den Ball hatte ich doch schon alter ja leg dich rein bleib liegen einfach mal zu weißt du noch ne was den allerersten ja 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 den hast du so ja weiß ich mit Guerrero ich werde es nicht vergessen wir haben sogar zwei wir haben ja das Spiel unentschieden gespielt weil wir 21 Meter durchgelassen schießt 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 ja 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 ich schießen nimmst ihn zweimal in den Gegner an guck mal zack perfekt alter geht doch mal an BÄ 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 nice das ist die Laufpass gesehen einfach mal Laufpass einfach mal einen passspiel man ok war glück dass er nicht den Ball der andere war ich hab jetzt nicht lupfen ja ich hätte gelupft wahrscheinlich wieder falsch das ist schon eindeutig jetzt unser Torhüter bei 3-0 bei 3-0 wenn es 3-0 stehen würde wie jetzt dann würde ich das machen aber er hatte sicher schon bessere Spiele wir wollen gewinnen weißt du ja kein kein scheiß man 73 ich würde jetzt immer noch auf safe pass machen lieber dann ein Tor haben noch ein 4-0 leider Dankeschön geht auch leider sehr schön Alter dieses Spiel läuft aber bei uns auch angegestellt Helga was ist die 3. Liga jetzt oh Gott adios adios amigos 4 3 platz ich verstehe das nicht zu kacken wir relativ ab ja und jetzt haben wir eigentlich nur die niederlage durch die connection durch meine internet connection krass aber alle siegel mit pauli mit dortmund haben abgekackt gegen die guten mannschaften pauli ist unsere mannschaft wir sind halt zecken wie viel brauchen wir denn überhaupt habe ich noch nicht nachgekommen noch vier punkte sollte möglich sein da aus aus diesen ganzen da kann man was ordentliches basteln also leute das ist echt gut die stimmung die stimmung die geht so bergauf sowieso wie so ein aktienkurs teilweise diese sind diagramm so genau um ich bin gut gelaunt die presse werden besser matze wird weniger nervös hoffentlich auch hat er auch geschafft schon meine flangen sind auch viel besser die flanken sind killer jetzt das spielen waren ja gold wird muss ich die waren sehr gut die waren sehr gut muss ich mir schulter klopfen sehr gut sehr gut sehr gut ja leute das ist perfekt gelaufen muss ich sagen ich bin froh wenn es heißt jamata gaming fifa 17 die rest der welt ne ja die rest der welt wir machen das echt super gemeinsam ich habe sie schon reingehauen alter wir sind richtig gut drauf nein dann schaut man nächstes mal wieder rein das würde uns freuen fifa koop mit matze wir rocken die liga drei liga zwei ist ja unser milieu dann da sind wir bei fifa 16 gammeln geblieben ich glaube wir sind mal aufgestiegen hinter liga 1 sind wir sofort wieder abgekackt also fifa aber wir kämpfen uns in unsere liga in unsere liga 2 da wo pauli auch hingehört das schaffen wir auf jeden fall schau beim nächsten mal wieder rein ne adios und wieder schon reingehauen und wieder schon reingehauen